Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Wir haben zwar die richtige Kleidung an, weil es ganz schön kalt muss man sagen. Aber hier irgendwo muss die nächste Mission sein, denn hier bin ich gerade extra hingeritten. Ich komme aus Blackwater. Ich bin auf dem Weg von einer gefährlichen Gang. Komo Driscoll. Ich habe gehört, dass du einen bestimmten Fall hast. Wir haben keine Probleme mit Bounty Hunters hierher. Ich habe nur gefragt, ob ich eine Beschreibung habe. Nun, sie waren nicht Freunde. Sie sind in eine Kampf, zwei Männer wurden getötetet. Einer ist ein Idiot, der andere ist ein bisschen schrecklich. Also, vielleicht sind sie deine Jungs. Du kannst rechtlich sehen, wenn wir sie haben. Der ist echt hilfreich, der Typ. Ach, jetzt regnet es auch noch. Ich muss ja irgendwo hier sein. Ah, hier. Arthur! Arthur! Hallo, Freund. Du hast eine gute Zeit, nicht wahr? Du gehst mir raus? Ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe noch nicht gewonnen, Cowpoke. Ich habe so viele Blüster aus deinem Kopf in den letzten sechs Monaten. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, um dich zu sehen. Du musst dich etwas machen. Du musst dich machen. Ich habe immer darauf gehalten, Arthur. Das ist dein erstes Fehler. Hör, es gibt nur ein kleines Problem. Es gibt nur einen von mir und eine ganze Stadt voll von Leuten. Ich möchte dich schwingen. Du musst dich etwas machen, Arthur. Hm? Hm? Maybe that steam donkey over there still works. Hm. Hm. So. Wir müssen einen Weg finden, ihn da rauszuholen. Ja. Hab ich. Okay, können wir versuchen. Ich muss ganz auf die Arme lernen. Hm. Komm. 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 Okay, cool. Ich bin der Fall von mir. Ich bin der Fall von mir. Was machst du? Er war nicht O'Driscoll. Ich wusste, dass du ein Skum, aber ich hatte die Augen auf dich. Nein, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das Gentleman muss ich auch noch auswählen. Oh, scheiße. Wir wären... Wir wären tot oder lebendig. Komm, jetzt stöpelt einfach. Ja, danke. Ja, das wäre auch nicht geblieben. Wir sind jetzt hier mit dem Egen zu sterben. Wir sind hier mit dem Egen zu sterben. Wir sind hier mit dem Egen zu sterben. Wir sind hier mit dem Egen zu sterben. Wir müssen jetzt lange gehen. Wir müssen jetzt noch weitergehen. Wir müssen hier mit dem Egen zu sterben. Wir müssen hier mit dem Egen zu sterben. Wir müssen jetzt noch ein Egen zu sterben. Wir müssen hier runtergehen. Wenn wir auch gesucht sind, scheint es mal erläutert, wegzuschauen. Ich kann mich aber nicht bewegen. Ich kann aber anscheinend nicht... Äh, jetzt geht's ja auch wenn ich mich so vermisse. Oh, das ist wichtig. Jo, der hat echt Probleme mit dieser. Und wir auch, oder den Wegweist? Aber der... neben dieser... schießereien... echt Probleme mit dieser. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir hier rauskommen sind. Ich weiß nicht, dass wir hier rauskommen sind. Mein Geist ist wichtig. Ja, ich muss mich nicht aufhören. Ah, das ist nicht. Ja, das ist nicht. weiter ja hier das ist ja das ist ja das ist ja jeder das ist nicht das ich glaube ich glaube doch was hat das hin, Junge? Ich will ja gerne zu Maika zurück, aber... Bin ich hier denn hingefallen? Jo, Maika, ich komme ja schon. Ich bin grad über einen Stein gefallen. Ich hab versucht, ihn hier einen Ticken rückwurz abzuschieben. Das Pferd braucht mal was zu fuddern. Ja, deine Energie teilen musst du mal ein bisschen. Ja, schon besser. Die suchen immer noch mal uns. Direktion. Jetzt ist mal ne Wappern dabei, bevor wieder welche kommen. Ah, wir verlieren den besuchten Stater schon langsam. Ja. Jetzt ist es ein bisschen. Ein bisschen mehr. Ja. Wir sind zusammen. Wir sind ein bisschen. Wir haben einen Bank Job nach dem Süden. Das war nicht gut. Ich habe gesehen, wie es endet. Er war mir zu lassen. Ich habe mich zu lassen. Ich habe mich zu lassen. Und du hast auch zu lassen. Er hat uns nicht gefunden. Ja. Wir werden uns alle zufrieden gegründet. Ich versuche. Ja. 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 Du bist glücklich. Du hast deine Beine. Für einige von ihnen keine Grunde. Easy. Ich denke, wir haben endlich verloren. Nein. Ich hoffe. Ich gebe dir einen Hölster. Das ist mein Weg zu sagen, danke dir. Und danke dir. Da war ich nur für dich. Ich versuche mich zu helfen. Ich versuche mich zu helfen. Ich versuche mich zu helfen. Du bist lustig, Arthur. Ich bin lustig. Ich bin lustig. Warum bist du sehr süß? Ja. Du bist nicht lustig. Warum musst du wie ein Korchester gestern? Entschuldigung. Entschuldigung. Aber wir sind Familie. Arthur. Du und ich. Wir sind ein Dutch. Wir machen uns fröhren. Manchmal. Fröhren machen Fehler. Ich versuche mich zurück zu meinem kleinen Camp. Wo ich einen Schraubere habe. Komm, sieh mich. Vielleicht kann ich dir etwas tun. Du bist nicht zurück zu den Dutch? Nein. Ich bin ein schlechtes Junge, Arthur. Ich sehe dich nicht in Dutch, bis ich ihm eine Friedensofferung bringe. Bis jetzt. Ja. Oh, wir haben zwei Teutscher bekommen. Gut. Ah. Jetzt können wir zwei Handfeuerwachen benutzen. Auf der einen Seite jetzt noch eins haben. Jetzt ist die Stadt aber abgeregelt, wenn wir dann verbrennen, normal, okay. Ich komme nach der nächsten Quest und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.